Menschen in München wird Ihnen präsentiert vom GOP Varieté-Theater. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Menschen in München. Bayern hat einen neuen evangelischen Landesbischof. Sein Name ist Bedford Strom und mit ihm möchte ich mich jetzt darüber unterhalten, was er für Pläne hat. Er hat auf jeden Fall schon mal gesagt, dass er sich politisch einbringen möchte, was er darunter versteht, wie er sich das vorstellt. Darüber jetzt mehr. Herr Landesbischof, seit wenigen Tagen, Wochen sind Sie jetzt im Amt. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich sehr wohl. Die letzten Wochen waren in der Tat ziemlich angefühlt, aber ich muss schon sagen, mit vielen schönen Dingen. Was besonders schön ist, ist einfach, wie die Menschen reagieren, mit welcher Herzlichkeit sie mir da entgegenkommen. Das ist ansteckend und gibt mir einfach ganz viel Freude jetzt in den ersten Tagen. Und das Gefühl, ich habe da eine wunderbare Möglichkeit in den nächsten zwölf Jahren, das, worum es uns als Kirche geht, die Liebe Gottes in der heutigen Welt zu bezeugen, das auch wirklich öffentlich und laut zu sagen und mit vielen Menschen da in Kontakt zu kommen. Das ist eigentlich das, was mir bisher am allermeisten Freude macht. Einfach mit Menschen, Begegnung mit Menschen. Wenn wir noch mal kurz zurückblicken, Ihre Wahl, die war ja richtig spannend. Das waren ja sechs Wahlgänge. Sie hatten also die Frau Breit-Kessler und noch einen weiteren Gegner oder Konkurrenten, wohl besser gesagt. Ich sage mal Mitkandidaten. Mitkandidaten. Renkt sich sowas dann wieder ein, weil ja alle sozusagen ihre Truppen hinter sich haben, die Sie ja jetzt irgendwie alle wieder unter einen Hut bekommen müssen? Ja, das ist interessant, wie Sie die Frage stellen, dass Sie Ihre Truppen hinter sich haben müssen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe das selber nie so empfunden und ich glaube auch, ich glaube, ich mache mir da auch nichts vor. Ich glaube, es war wirklich in dieser Synode nicht so. Wir alle drei haben ein ganz herzliches Verhältnis zueinander. Das war auch schon vor der Wahl so. Wir wissen, es ist eine Wahlentscheidung. In der Hinsicht sind wir dann auch Konkurrenten. Aber das stand für mich nie im Vordergrund. Jeder und jede dieser drei Kandidaten wäre ein guter Bischof, eine gute Bischofin gewesen. Und das haben auch die Synodalen so gesehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Landeskirche war es ja so, dass die drei verschiedenen Gruppen in der Synode alle miteinander, alle drei Kandidaten vorgeschlagen haben. Früher gab es das eben eher so, dass dann jeder Arbeitskreis, jede Richtung so ihren Kandidaten positioniert hat. Und das war diesmal nicht so. Und das fand ich ganz toll. Und das ist ein bisschen auch eigentlich das Gefühl, was ich mit dieser Synode habe. Synode ist unser Kirchenparlament. Also ganz, ganz wichtig, dass wir nicht da jetzt mit verschiedenen Richtungen da gegeneinander kämpfen, sondern dass es uns wirklich um die eine Sache geht. Und das ist auch der Geist, in dem wir jetzt zusammenarbeiten. Also ich habe mit Susanne Breitkessler und Helmut Völkl schon jetzt in den letzten Monaten vieles gemeinsam besprochen, geplant. Gleich haben wir Landeskirchenratssitzungen, wo wir alle dabei sind. Und das ist ein ganz herzliches Verhältnis. Als Mann in dem neuen Jahrtausend hat man ja mittlerweile auch schon ein etwas anderes Gefühl, wenn man gegen Frauen konkurriert. Weil überall wird ja von Frauenquote gesprochen. Man sagt, also Frauen müssen mehr in Führungspositionen. Inwieweit hat sie das bewegt bei ihrer Kandidatur? Das habe ich mir schon überlegt. Denn es ist ja richtig, dass wir mehr tun müssen, damit Frauen in Führungspositionen kommen. Und es hätte natürlich ein Grund sein können für mich, zu sagen, ich kandidiere gar nicht, damit ich einer Frau nicht im Wege stehe. Das ist eine völlig naheliegende Überlegung. Ich habe mich entschieden, trotzdem zur Verfügung zu stehen, weil es im Grunde paternalistisch herablassend gewesen wäre. Wenn ich jetzt gesagt hätte, damit eine Frau Bischöfin wird, kandidiere ich nicht. Am Ende entscheiden das die Synodalen. Wir haben alle unsere Profile und die Synodalen haben jetzt so entschieden. Und die Bischofswahl ist eine Persönlichkeitswahl, bei der viele Faktoren zusammenkommen. Das spielt sicher auch die Frauenfrage eine Rolle, richtigerweise. Aber es ist eben eine von mehreren Aspekten. Und ich denke, dass man es jetzt auch nicht allein daran festmachen sollte, ob in unserer Kirche Frauen in Führungspositionen kommen. Wir haben jetzt eine Situation in anderen Landeskirchen, wo in Hamburg eine Frau gewählt wurde zur Bischöfin. Wir haben in Westfalen eine Wahl zwischen zwei Frauen. Da können wir also sicher sein, dass eine Frau die nächste Bischöfin dort sein wird. Sodass wir insgesamt in der Kirche in Deutschland, glaube ich, ganz gut auf dem Wege sind. Herr Bertolt-Schwum, Sie sind natürlich dadurch jetzt auch gleich aufgefallen, dass Sie gesagt haben, Sie wollen sich politisch einbringen. Da zuckt der eine oder andere, weil er sagt, ups, Kirche und Staat, das muss getrennt bleiben. Wie ist das zu verstehen? Wie wollen Sie sich da einbringen? Zunächst mal muss man ganz klar sagen, dass die Kirche einen politischen Auftrag hat, hat zunächst mal gar nichts mit Parteipolitik zu tun. Das ist mal das Allerwichtigste. Es wäre fürchterlich, wenn die Kirche jetzt meinen würde, sie müsste sozusagen die besseren politischen Konzepte vorlegen und würde in der Weise politisch agieren. Es geht uns um das Evangelium der Liebe Gottes in dieser Welt. Und das ist eine Frage der Frömmigkeit. Aber wer wirklich fromm ist, muss auch politisch sein. Denn wenn das, was für den christlichen Glauben grundlegend ist, dass die Gottesliebe und die Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden sind, Wenn das wirklich stimmt, wenn wir also wirklich aus unserer Frömmigkeit heraus dem Nächsten dienen wollen, Not beseitigen wollen, dann kommen wir natürlich nicht dran vorbei, auch danach zu fragen, welche politischen Bedingungen führen dazu, dass es mehr Not gibt und welche politischen Möglichkeiten gäbe es, Not von vornherein zu verhindern, insbesondere auch im weltweiten Maßstab. Dann ist also völlig deutlich, dass das eine vom anderen nicht getrennt werden kann. Die Frage ist nur, wie tun wir das? Das ist die interessante Frage. Denn da ist natürlich jetzt, gerade in den nächsten zwei Jahren hier in Bayern, eine höchste Sensibilität angesagt, weil wir vor den Landtagswahlen stehen, die wahrscheinlich mit die spannendsten Landtagswahlen werden, die wir hier seit 1945 in diesem Land haben. Deshalb die Frage, und man weiß, Sie sind ehemaliges SPD-Mitglied, haben das jetzt ruhen lassen. Inwieweit können Sie sich da überparteilich verhalten? Das ist überhaupt kein Thema für mich. Denn, dass ich mit 17 Jahren in eine Partei eingetreten bin, dazu stehe ich, das ist auch wichtig so. Ich ermutige auch jeden, auch jeden Christen, jede Christin, sich in Parteien zu engagieren, damit nicht die Parteien da drüber stehen und die Leute nur Lehnstuhlkritik üben und sagen, die Parteien agieren in schmutziger Weise. Aber ich habe damit nichts zu tun. Wir sollten uns einmischen. Wir sollten es besser machen. Wir sollten eine politische Kultur schaffen, helfen, in der es wirklich um die Sache geht und nicht um kleinkarierte Parteistreitereien. Und um das zu erreichen, müssen sich Menschen in Parteien engagieren und dort für einen neuen Ton sorgen, gerade Christinnen und Christen. Also deswegen ermutige ich nach wie vor, alle sich in den demokratischen Parteien zu engagieren. Und meine Erfahrung ist, dass viele der politischen Streitlinien auch innerhalb der Parteien verlaufen. Also nehmen Sie das Thema soziale Gerechtigkeit. Da können Sie in den verschiedenen Parteien Personen identifizieren, die sich in ihren Parteien für dieses Thema besonders einsetzen und andere, denen das weniger wichtig ist. Und deswegen geht es mir eigentlich darum, die Menschen in allen Parteien zu ermutigen, die sich an bestimmten Themen besonders, ja, an den Themen besonders arbeiten, die in ihren Parteien besonders vorantreiben, die aus der Sicht des christlichen Glaubens besonders wichtig sind, weil sie zutiefst ethische Dimensionen haben. Und die biblische Option für die Schwachen, für die Armen, die hat nun mal Auswirkungen auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Also bei sozialer Gerechtigkeit werden Sie, glaube ich, in dem Parteienspektrum, was wir hier haben, nur auf offene Ohren stoßen. Und da ist ein Grundkonsens da, wo man, glaube ich, den einen oder anderen sicherlich noch mehr aktiv werden lassen könnte. Wo Sie sich sehr konkret schon geäußert haben, ist, Sie sind gegen Atomkraft. Da haben Sie natürlich jetzt auch Glück, sage ich mal, weil da jetzt auch ein Konsens unter den ganzen Parteien gefunden worden ist. Haben Sie ein Thema, wo Sie feststellen, dass der eine sich da mehr engagiert als der andere? Ich glaube, man kann die großen Themen, die in den christlichen Kirchen in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahrzehnten eine besondere Rolle gespielt haben und heute noch spielen, da nennen. Das verbirgt sich hinter drei Worten, die in der Kirche jedenfalls sehr bekannt geworden sind. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das sind die drei Begriffe, die sind in den 80er Jahren vom Weltkirchenrat überall auf der Welt, als die großen kirchlichen Themen, ethischen Themen, Zukunftsthemen der Menschheit identifiziert worden, für die sich Kirchen auf der ganzen Welt einsetzen sollen. Eben auch wir in Deutschland hier. Und deswegen ist dieser Dreiklang sozusagen, drückt schon aus die Themen, an denen wir besonders arbeiten müssen. Dazu gehören heute auch bioethische Themen ganz besonders. Aber ich würde sagen, wenn Sie mich fragen nach den brisantesten Zukunftsthemen, da würde ich schon sagen, ist die Frage, wie schaffen wir es, eine Wirtschaft so zu gestalten, dass erstens mal alle Menschen auf der Welt in Würde leben können. Und ich sage wirklich auf der Welt. Es ist unerträglich, dass jeden Tag 25.000 Menschen sterben, weil wir es nicht schaffen, auf dieser Welt eine Wirtschaft so zu organisieren, dass der im Prinzip vorhandene Reichtum, der für jeden reicht, so verteilt wird, dass alle Menschen leben können. Das ist das eine. Aber das andere auch, dass wir natürlich nie und nimmer unsere jetzige Form des Wirtschaftens auf Dauer so halten können. Denn wir müssen natürlich allen Wirtschaften auf der Welt, also den Ländern, die jetzt emporstreben, China, Brasilien, auch Südafrika, diese Länder, wenn die sich entwickeln und die gleichen Ressourcen verbrauchen, die wir jetzt schon verbrauchen, dann bräuchten wir im Jahr 2030 zwei Planeten, zwei Erden. Die haben wir nicht. Also müssen wir uns was einfallen lassen. Und das ist das, was ich auch in allen Parteien, auch in der Zeit, in der Zukunft jetzt versuchen werde, einzuschärfen, dass wir nicht einfach nur in der Gegenwart denken dürfen, sondern eine Verantwortung auch für die Zukunft haben. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie Kirche untereinander, wie Christen untereinander miteinander umgehen, da ist also auch ein ganz wesentliches Thema immer wieder die Ökumene. Sagen Sie mir doch mal bitte, was verstehen Sie unter Ökumene? Ökumene ist der Versuch zu bezeugen, dass wir eine Kirche sind, dass Jesus Christus, der Gott, der sich in Jesus Christus nach unserer Überzeugung den Menschen gezeigt hat, dass dieser Gott ein Gott ist und deswegen die Menschen nicht in verschiedenen Gruppen ihn bezeugen können, sondern eigentlich eine Kirche sind. So haben es die altkirchlichen Bekenntnisse gesagt, so hat es die Tradition der Kirche geprägt. Und es muss einfach uns schmerzen, es kann uns nicht zufriedenstellen, dass wir uns faktisch in verschiedenen voneinander getrennten Gruppen hier präsentieren. Das ist die eine Dimension, die interkonfessionelle Dimension. Die zweite Dimension ist mir aber genauso wichtig, nämlich die weltweite Dimension, dass wir auch zwischen den Kulturen den einen Gott bezeugen, also die Menschen in Afrika, die ganz andere kulturelle Hintergründe haben und die Menschen hier beten zu dem gleichen Gott, haben aber höchst unterschiedliche Formen und verstehen auch zum Teil biblische Texte höchst unterschiedlich, weil sie halt ganz anders geprägt sind. Und ich möchte eine Kirche, in der wir diesen Reichtum für uns wirklich nutzen, in der wir also lernen von anderen und unseren eigenen Glauben und unsere Existenz in der Welt bereichern lassen durch die Perspektive der anderen. Und wenn man dann aber sieht, wie die katholische Kirche und die evangelische Kirche miteinander ringen seit Jahrzehnten, jetzt sind es fast schon Jahrhunderte, warum tun sie sich das an? Denn wenn man mit wirklich, ich sage mal, eingefleischten Katholiken spricht, die sagen die Protestanten, das ist eine Sekte. Gut, das können Sie so sagen, das würde ich sagen, ist eher dann deren Problem, wenn Sie sozusagen den Glauben so einseitig verstehen und so wenig offen auf diese Frage der Ökumene zugehen. Da würde ich jetzt gar kein so großes Problem drin sehen, denn das sind sehr wenige in der Kirche, egal in welchen Konfessionen, das gibt es auch auf evangelischer Seite, Strukturen, die sektenähnlich sind, und Fundamentalisten, die im Grunde die Welt als solche ablehnen und ein Wahrheitsbewusstsein haben, was völlig die Möglichkeit ausschließt, dass sie auch selber was dazu lernen könnten. Also diese Art von Kirche oder Glauben praktizieren ist, glaube ich, in tiefem Widerspruch zu der Offenheit und der Liebe, die das Evangelium von Jesus Christus ausstrahlt. Darüber braucht man, glaube ich, gar nicht so lange reden. Ich glaube, es ist viel schwieriger. Ich finde es aber, eine Frage hätte ich da noch, weil, also, Sekte ist ja ein völlig negativer Begriff. Also deshalb entschuldigen Sie, dass ich Ihnen das so vorgeknallt habe. Aber wenn man sich überlegt, was ist eine Sekte? Eine Sekte ist ja eigentlich immer die Abspaltung von der Mutterreligion, oder? Also, das würde ich nicht so definieren. Denn Abspaltung von der Mutterreligion, das kann ganz unterschiedlich verstanden werden. Also die Reformation zum Beispiel, wenn Sie das jetzt nehmen, der evangelische Glaube, hat sich ja nie verstanden als Abspaltung, sondern hat sich immer so verstanden, dass die eigentliche Wahrheit der allgemeinen Kirche, und allgemein kann man auch mit katholisch übersetzen. Katholisch im eigentlichen Sinne heißt ja nicht römisch-katholisch als Konfession, sondern das heißt ja die allgemeine, allumfassende Kirche. Und selbstverständlich versteht sich die evangelische Kirche auch als allgemeine, allumfassende Kirche und steht in der Tradition dieser einen Kirche. Und in der Reformationszeit ging es darum, dass es bestimmte Missstände gab, gegen die Martin Luther protestiert hat und dem gegenüber er den Anspruch erhoben hat, die ureigene Stimme des Evangeliums, also der Kirche, wieder neu zur Geltung zu bringen. Das ist also keine Abspaltung, sondern das ist eine Form, die allgemeine Kirche zu bezeugen. Und Martin Luther wollte nie eine eigene Kirche gründen. Es ist dann leider dazu gekommen, in diesen Auseinandersetzungen in der Reformation, dass es zu dieser Spaltung gekommen ist. Aber man kann nicht sagen, die evangelische Kirche hat sich von der katholischen abgespalten, sondern es ist einfach eine Unterschiedlichkeit in der Interpretation der Glaubenszeugnisse entstanden, die dann zur Teilung geführt hat. Deswegen sage ich jetzt, die Reformation, nach Ihrer Definition, müsste man sie als Abspaltung definieren? Nein, ich will das gar nicht definieren. Ich will eigentlich nur fragen, wie Sie darüber denken, weil es diese Denke ja gibt. Denn ich wollte eigentlich mit Ihnen dann noch weiter zurück und Sie mal fragen, vielleicht hat sich ja auch die katholische Kirche vom Judentum abgespalten. Das kann man, also das Wort Abspaltung passt da nicht. Oder getrennt oder eigene Wege gegangen. Man kann historisch natürlich zeigen, wie das Christentum zunächst eine jüdische Gruppe war. Und insofern, Jesus Christus war Jude. Und die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die Jünger, waren natürlich Juden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Wurzel verstehen und dass wir nicht plötzlich denken, das Christentum hat das Judentum ersetzt. Darum bringen wir und wir werden jetzt in unserer Kirchenverfassung als evangelische Kirche eine neue Passage einführen, die deutlich macht, der Bund Gottes mit dem Judentum ist nicht ersetzt worden durchs Christentum, sondern wir sind als Christen mit hineingenommen worden in den Bund Gottes mit seinem Volk, dem jüdischen Volk. Und wenn man das jetzt als Hintergrund hat, dann kann man in der Tat sagen, die ersten Christen waren auch Juden. Und es hat sich dann praktisch so entwickelt, dass die Bezeugung von Jesus als dem Messias, als dem Christus dazu geführt hat, dass die Juden, die das nicht geglaubt haben, die das nicht so verstanden haben, als Judentum weiter existiert haben, bis heute existieren, als eine Religion, als unsere Wurzel in gewisser Weise. Und die Christen, die Jesus nachgefolgt sind, gesagt haben, nein, dieser Jesus war nicht einfach nur ein ganz normaler Mensch, ein vielleicht besonders eindrucksvoller Mensch, sondern mit diesem Jesus ist etwas Neues in die Welt gekommen. Die Bezeugung von Kreuz und Auferstehung, das klingt vielleicht für viele Menschen erst einmal als so ein dogmatischer Sachverhalt, der ihm nichts sagt, aber eigentlich geht es da um etwas Ungeheures für die Welt, nämlich die Überzeugung, dass dieser Jesus, der die Liebe gelebt hat, der viele Menschen angezogen hat, aber ans Kreuz genagelt wurde als Aufrührer, weil er den Mächtigen nicht gepasst hat, dass dieser Jesus von uns Christen geglaubt wird als einer, der auferstanden ist. Das ist eine Botschaft, die sagt letztlich, die Liebe ist nicht klein zu kriegen. Gott ist stärker als die Gewalt und Gott überwindet die Gewalt. Und Gott hat diesen Jesus auferweckt. Wenn wir das als Christen bekennen, dann sagen wir auch, es gibt Hoffnung für die Welt, weil in diesem Jesus Christus sich gezeigt hat, dass die Welt nicht verloren ist. Das ist eigentlich unser Bekenntnis. Und das unterscheidet uns jetzt in der Form, wie ich es gesagt habe, vom Judentum. Wenn Sie es ansprechen, diese Dogmen, die in der Religion ja vorhanden sind, ich sage mal, bei den Protestanten deutlich weniger als bei den Katholiken, ist es da richtig, dass bei den Protestanten im Grunde genommen Menschen fehlbar sind, mit Ausnahme von Jesus Christus? Also alles, was über den gesagt wurde, ist Dogma und steht. Nicht alles, was über den gesagt wurde, sondern dass Jesus selbst als die Person, die Gott auf Erden sozusagen in der Fülle sichtbar macht, etwas Eigenes ist, das ist richtig. Aber natürlich, was die Menschen über ihn sagen, sind natürlich jetzt ganz unterschiedliche Perspektiven wieder. Und für uns heute, die wir versuchen, diese Texte auszulegen, ist das Problem, wie machen wir uns einen Reim darauf, dass eben die Perspektiven ganz unterschiedlich waren. Aber Sie haben völlig recht, also das würde ich jetzt genauso unterstreichen, wie Sie es gesagt haben, dass wir tatsächlich uns sehr bewusst sind über die Fehlbarkeit des Menschen, dass wir auch in unseren Glaubenszeugen es natürlich irren, dass wir auch schon fürchterlich geirrt haben. Wir brauchen nur den Nationalsozialismus zu nehmen und all die Rechtfertigungen, die auch von kirchlicher Seite da gekommen sind. Und deswegen haben wir in der Tat überhaupt kein Problem damit zu sagen, was wir als Glaubensüberzeugungen mal in der Vergangenheit festgeschrieben haben, ist nichts Heiliges, sondern das muss immer wieder kritisch in Frage gestellt werden. Und für uns ist dazu die oberste Norm die Bibel, die biblischen Geschichten, weil die wirklich direkt von Jesus erzählen und die immer wieder neu auszulegen. Das kann auch dann dazu führen, dass wir bestimmte Überzeugungen, die wir im Laufe der Geschichte gefasst haben, umwerfen müssen und sagen, wir verstehen das heute anders und neu. Ja, also wenn man noch mal kurz auf die Ökumene zurückkommt und sich überlegt, wie kann man die beiden Kirchen dann vielleicht doch zusammenbringen, aber das katholische Dogma, dass der Papst unfehlbar ist, das ist ja für Protestanten einfach nicht akzeptabel. Das ist sicher auch die heikelste Frage, dass an der Stelle die Bedeutung des Papstamtes, dass es da sehr, sehr schwierig ist. Wir müssen respektieren, dass die Selbstdefinition der katholischen Kirche, jedenfalls die römisch-katholische Selbstdefinition, das einschließt, dass das Papstamt auch bedeutet, dass der Papst das innehat, was wir mit dem Fremdwort bezeichnen, Jurisdiktionsprimat, das heißt einfach, dass er letztlich rechtlich bestimmt, was gemacht wird und was auch als Lehre gelten kann. Das ist in der Tat für uns Protestanten so nicht akzeptabel, denn wir sind der festen Überzeugung, dass das Priestertum aller Gläubigen im Zentrum steht, dass also wirklich alle Menschen in der Kirche gleichermaßen um Wahrheit ringen und das Ergebnis, die Verbindlichkeit, auch das, was wir dann vielleicht als Lehre bezeichnen würden, das ist etwas, was im Diskurs, im Gespräch aller Gläubigen, aller Getauften, die in der Kirche mitmachen, dann am Ende sich herausstellt. Also zum Beispiel auf den Synoden, das sind die Vertreter der Gemeinden, die wählen den Landesbischof zum Beispiel und die geben auch die Richtung vor im Hinblick auf das, was inhaltlich gelten soll. Aber es ist eben nicht ein Lehramt, was durch eine Person repräsentiert wird. Diese Differenz, um die ringen wir weiter. Und da gibt es bestimmte Dinge, die wir als Protestanten, die für uns in der Tat unaufgebbar sind. Also diesen Primat des Papstes im Sinne der Feststellung von Wahrheit, den können wir so nicht akzeptieren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir diese Überzeugung aufgeben können. Aber man muss gleichzeitig sagen, dass es über diese Frage ja viele theologische Gespräche gegeben hat und noch gibt. Und man sollte darauf auch nicht immer so herabschauen, dass das nur so die Fachgespräche von Experten sind. Es geht wirklich um bestimmte Dinge, die Wahrheit oder eben Nicht-Wahrheit sind. Und darum muss man ringen. Das ist das eine. Nur ein Satz noch. Das andere ist, dass an der Basis die Gemeinden natürlich in vieler Hinsicht Ökumene leben. Und das ist auch etwas, was man nicht einfach nur als nebensächlich abtun kann, sondern davon lebt unsere Kirche, von dieser Gemeinschaft. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Herr Bedford-Schlumpf, ich muss einmal auch Sie privat fragen. Sie sind mit einer Amerikanerin verheiratet. Warum ist eigentlich Ihr Name zuerst? Warum Bedford-Strom, warum nicht Strom-Bedford-Strom? Gute Frage. Die Insider merken das, dass das eigentlich nicht sein kann. Das hat in der Tat spezielle Ursachen. Wir haben in den USA geheiratet. Und nach amerikanischem Namensrecht geht es, dass man die Namen einfach zusammennimmt und dann die ganze Familie so heißt. Also meine Frau und ich und meine drei Söhne haben alle den Nachnamen Bedford-Strom. Das ging nach amerikanischem Namensrecht. Als wir dann nach Deutschland zurückgekehrt sind, da stand es schon im Pass drin und dann hat man das auch nicht mehr geändert. Aha, sehr gut. Also da hat sich sozusagen die Frau nach vorne im Namen. Ja, das klingt einfach viel besser Bedford-Strom als Strom-Bedford. Ja, fand ich auch. Das hat eine bessere Melodie. Ich würde auch nicht darauf verzichten wollen. Das ist so schön. Absolut. Und meine Frau hat ihren Namen genauso gerne behalten wollen wie ich und da war das völlig klar, dass wir das dann so machen. Ist Ihre Frau auch im Glauben so tief verankert wie Sie oder ist das eine Beziehung gewesen, wo Sie sozusagen Ihre Frau dann auch so ein bisschen missionarisch mit in den Glauben genommen haben? Das Wort passt gar nicht. Wir haben sehr viel geredet miteinander. Von Anfang an. Das war und ist für unsere Beziehung einfach wichtig, im Gespräch zu sein und viel eben auch über Inhalte und auch über Glaubensfragen. Und wir haben da zum Teil nächtelang gerungen um das Verständnis bestimmter Dinge. Aber meine Frau ist auch aufgewachsen in einem Elternhaus, wo ihre Mutter war Kirchenvorsteherin, da in ihrer Heimatgemeinde in der Nähe von Boston. Durchaus auch immer wieder mit kritischen Überlegungen. Aber das war ja gerade das Spannende. Und meine Frau hat mich unheimlich bereichert mit ihren Perspektiven, die zum Teil ganz anders waren als meine. Und um das Verständnis des christlichen Glaubens zu ringen, das war ein Teil unserer Beziehung, der bis heute mir ungeheuer wichtig ist. Also Thema Rechtfertigungslehre, das ist ja so ein, eine, der Kern der evangelischen Lehre. Da hat meine Frau als Psychologe mir unheimlich geholfen, die psychologische Seite des Ganzen zu verstehen. Jetzt haben Sie, da Sie selber in Amerika gelebt haben, auch den Protestantismus in Amerika erlebt. Wenn Sie den mit denen hier in Deutschland vergleichen, wo deckt sich das? Und wo sagen Sie, das kann ich mir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen? Also der größte Unterschied ist sicher, dass in den USA gerade der Protestantismus sehr polarisiert ist. Es gibt eben eine starke fundamentalistische Fraktion. Das stößt wiederum andere extrem ab vom Christentum. Weil Sie das Christentum erleben als etwas Enges, als etwas Dogmatisches, als etwas Intolerantes, zum Teil sogar zur Gewalt Neigendes. Und wer das Christentum in der Form vor sich hat, der wird natürlich, jedenfalls dann, wenn er ein weltoffener Mensch ist, sich davon eher abgestoßen fühlen. Ich denke auch an diese großen, im Fernsehen zelebrierten Kirchenveranstaltungen, die ja in Deutschland so in keinster Weise vorstellbar sind. Wie hat das auf Sie gewirkt, als Sie dann in Amerika waren und ja eigentlich aus dem europäischen Protestantismus ja eigentlich kommen? Ja, also für den nüchternen Europäer ist das natürlich manchmal schon etwas merkwürdig, diese stark emotionalen großen Versammlungen. Aber ich will auch sagen, dass wir davon was lernen könnten. Also wir sind manchmal zu nüchtern und Gefühl und auch Gemeinschaftsgefühl und Lust am Glauben und das auch auszudrücken, das ist etwas, das habe ich auch sehr positiv erlebt, insbesondere in der schwarzen Kirche. Die hat mich sehr geprägt, die schwarze Kirche in den USA. In Oakland als Student habe ich da ein Jahr lang in einer schwarzen lutherischen Gemeinde mitgemacht. Das ist mir sehr im Herzen und das hat mich auch geprägt. So, da ist sehr viel Gospel angesagt. Ja, genau. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem der protestantischen Kirche hier bei uns in Deutschland? Ich sage es jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, dass es auch ein bisschen langweilig ist bei den Protestanten. Ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, das ist jetzt speziell was protestantisches. Also die Gottesdienste sind jetzt in der Hinsicht, glaube ich, in evangelischer und katholischer Kirche nicht sehr unterschiedlich. Dass sozusagen dieses starke Gefühl und das zum Ausdruck bringen des Gefühls, dass das jetzt in den Konfessionen irgendwie unterschiedlich wäre. Ich habe damit gemeint, also wenn man in einem katholischen Gottesdienst ist, dann ist da Weihrauch, dann sind die, haben die andere, die Kirchen, die Kirchen sind geschmückter als bei den Protestanten. Das ist ja sehr spartanisch, weil Martin Luther das ja auch so wollte. Der wollte sich ja wirklich auf den Kern besinnen und alles andere wollte er ja abschaffen. Aber aus heutiger Sicht, wo sie ja natürlich auch Probleme haben, dass sehr viele Kirchenaustritte da sind, wäre da nicht ein, ich sage mal eine andere, der Marketing, der Sinnlichkeit, der Marketingmann würde sagen, Verpackung wichtig. Also das ist ein Punkt, über den müssen wir in der Tat nachdenken. Also wie der Geruchssinn, die Augen, die Schönheit, wie das vielleicht unsere Gottesdienste noch stärker prägen könnte. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn, heißt es in Psalm 27. Und was schöne Gottesdienste sind, das müssen wir sozusagen immer wieder neu lernen. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ich hatte natürlich jetzt einen wunderschönen Amtseinführungsgottesdienst in Nürnberg, der mir mein Leben lang im Herzen bleiben wird. Und der, glaube ich, aber es war natürlich ein besonderer Anlass, der, glaube ich, gezeigt hat, welche Kraft auch protestantische, evangelische Gottesdienste haben. Viele Menschen haben mich darauf angesprochen. Wunderschöne Musik, wichtiger Aspekt. Dann auch optisch eine würdige und vielleicht auch farbige Gestaltung. Das ist etwas, was man auch über diesen besonderen Anlass hinaus, glaube ich, in unseren Gottesdiensten nochmal neu betonen kann. Auch das Gemeinschaftselement, dass wir zum Beispiel beim Abendmahl, am Ende des Abendmahls, wenn wir den Segen bekommen, dass wir uns an den Händen fassen. Und dass die Gemeinschaft des Abendmahls auch sinnlich mit der Haut sozusagen spürbar ist. Das ist etwas, was ich eigentlich bei den Gottesdiensten, die ich selber gehalten habe und wo ich das dann auch so praktiziert habe, immer sehr geschätzt habe. Dass man sozusagen das spürt, im Herzen spürt, was da geredet wird. Es muss so eine Emotionalität halt auch rüberkommen. Wie ist das gerade bei den jungen Leuten? Also bei den jungen Leuten hat man ja das Gefühl, dass sich da immer mehr auch von den Kirchen abwenden. Gibt es da ein Konzept, wie man sagen kann, die jungen Leute wollen wir wieder gewinnen? Ja, das ist in der Tat etwas, was mir sehr wichtig ist, weil ich die Erfahrung mache, auch im Kontakt mit jungen Leuten. Wenn man so im Gespräch ist und über die Themen redet, merkt man, im Grunde sind die Themen, um die es beim christlichen Glauben geht, alles Themen, die das Leben der jungen Leute auch prägen. Also an den Themen liegt es nicht, dass es inhaltlich nicht relevant wäre. Und wir müssen sozusagen in der Tat neue Wege finden, um das deutlich zu machen, dass das ganz viel zu tun hat mit dem Leben der Jugendlichen. Und da gibt es zwei Punkte, die mir wichtig sind. Das eine ist in der Tat der Gottesdienst. Da haben wir in Nürnberg eine Jugendkirche, Lux heißt die, da funktioniert das hervorragend. Da kommen hunderte von Jugendlichen in diese Gottesdienste. Und da möchte ich gerne dran am Ball bleiben und sehen, wie können wir das, was da funktioniert, auch anderswo vielleicht umsetzen. Und das Zweite ist Social Media, Internet, die Lebenswelt der jungen Leute heute. Da möchte ich gerne, dass wir da präsenter sind als bisher. Ich habe überlegt, also der Fall der Mauer, das war ja im Grunde genommen auch eine sehr starke Entwicklung, die auch durch die protestantische Kirche mit herbeigeführt wurde. Hat die protestantische Kirche da vielleicht auch ein bisschen verschlafen, den Moment, wo man gesehen hat, dass da also auch viele junge Leute so unheimlich aktiv waren oder auch wirklich was bewegt haben? Das ist doch eigentlich jetzt wieder völlig eingeschlafen. Ja, ich meine, die DDR-Revolution, das ist nochmal ein eigener Fall. Denn da hat es auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass die Menschen die evangelische Kirche als den Raum gefunden hatten, an dem sie wirklich auch ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen konnten, an dem sie protestieren konnten. Im guten Sinne des Protestantismus auch. Und die sind dann zum Teil auch in politische Positionen gekommen, die sich da politisch engagiert haben und sind eben eher dann in andere Bereiche abgewandert, als dass sie sozusagen ihre Kirche in Ostdeutschland in der früheren DDR dann aufgebaut haben. Und insofern hat es jetzt verschiedene Ursachen, dass das so nicht weitergegangen ist, wie man es sich damals auch erhofft hat. Aber ich will auch sagen, es gibt eine Menge an, gerade in Ostdeutschland, eine Menge an sehr ermutigenden Beispielen, wo gerade junge Leute die Gemeinden prägen. Ich komme jetzt gerade aus Magdeburg von der Synode, da haben wir das wieder vorgeführt bekommen, wie gerade in den Gebieten, wo das Christentum die starke Minderheit ist, wie es gerade junge Familien sind, die die Taufe neu entdecken. Und wir haben einige Beispiele da wirklich gesehen, die vielleicht gerade in der Umgebung merken, dass da was fehlt, wenn der Glaube nicht da ist. Sie haben ja jetzt lange in Coburg gelebt. Kommen wir jetzt nach München. In München, wenn wir jetzt mal von anderen Religionen sprechen, haben wir jetzt gerade hier seit fünf Jahren das jüdische Zentrum. Die Synagoge ist gebaut worden. Dazu würde ich gerne was von Ihnen hören und dann eben auch zu der Frage, was schuldet man jetzt dem Islam in unserer Stadt? Das ist auch ein sehr intensives Thema, was hier besprochen wird. Brauchen wir eine Moschee? Wo muss sie hin? Soll sie mitten in die Stadt? Was ist da Ihre Meinung? Also zu der Frage will ich mich jetzt noch nicht äußern. Da muss ich einfach München besser kennenlernen. Aber die grundsätzlichere Frage, dazu habe ich natürlich eine nachdrückliche Meinung, nämlich, dass Muslime hier in Deutschland zu Hause sind. Ich sage bewusst nicht willkommen geheißen werden müssen oder ähnliches. Denn sie sind hier, sie sind Deutsche. Sie sind Teil unserer Kultur geworden. Und diese Selbstverständlichkeit, die ist etwas, was wir auch von christlicher Seite her unterstützen können. Aus der Sicht des christlichen Glaubens ist es eben falsch, für das Christentum so zu kämpfen, dass man anderen Religionen die Lebensmöglichkeiten versucht, so weit wie möglich vorzuenthalten. Sondern ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der die verschiedenen religiösen Traditionen friedvoll miteinander leben, sich wechselseitig bereichern. Und das heißt für mich als Christ, dass ich mit großer Lust Christ bin, das auch deutlich zum Ausdruck bringe, aber doch nicht aggressiv gegen Muslime, sondern so, dass ich Freude daran habe, dass Menschen in ihrer Religion leben. Und ich habe beste Erfahrungen im Gespräch mit Muslimen gemacht, weil sie sind einfach liebenswürdige Menschen, mit denen zusammen sein Spaß macht, Freude macht. Und diese Vision sozusagen stelle ich mir auch für München, für ganz Bayern, für ganz Deutschland vor, dass wir Orte schaffen, wo Menschen sich begegnen. Dazu gehört natürlich eine Moschee, die auch ausstrahlt auf die Stadt, die eine öffentliche Theologie des Islam vielleicht entwickelt. Und vom Islam her, den Friedenstraditionen des Islam her, in die Gesellschaft hineinwirkt, anstatt dass immer nur Fundamentalisten im Islam das Wort führen. Und der Islam bei manchen Leuten im Kopf als etwas erscheint, was nur gewalttätige Religion ist. Noch mal etwas naiver gefragt, die Aufgabe der Mission, widerspricht das dem nicht, was Sie gerade gesagt haben? Weil Sie ja eigentlich auch dafür Sorge tragen müssen, so ist ja das Grundverständnis des Christen, dass er Menschen in die eigene Religion sozusagen hinüberzieht. Ja, natürlich ist Mission eine wesentliche Dimension der Kirche. Daran kann gar kein Zweifel sein. Wer das Evangelium für sich behalten will, der hat wichtige Passagen in der Bibel nicht verstanden. Ihr seid das Licht der Welt und wir sollen es nicht unter den Scheffel stellen. Also das ist völlig klar. Nur die Frage ist, was heißt Mission? Und darüber haben wir gerade in unserer Synode in Bayern, aber jetzt auch gerade bei der EKD-Synode viel geredet. Mission heißt zunächst einmal Mission Gottes in der Welt. Das heißt, das, was Gott für die Welt, als Willen für die Welt erklärt hat, wie wir es in den biblischen Texten lesen als Christen, das zu bezeugen. Und dazu gehört zum Beispiel auch das, was ich eben gesagt habe, dass Menschen friedlich miteinander leben. Das ist ein Teil der Bezeugung der Mission Gottes. Und dann heißt es natürlich, dass wir mit Lust von dem erzählen, wovon wir leben. Das ist aber nicht im Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich bin hier nicht im Widerspruch, aber es ist schon ein Glücksgefühl, glaube ich, für ein Missionar, wenn andere dann sagen, okay, eure Religion ist so spannend und so interessant, dass ich zu euch komme. Da freue ich mich. Ja, da freue ich mich drüber. Ich freue mich über jeden Menschen, der diese Botschaft neu entdeckt und der auch zu uns stößt und der dann auch Mitglied, auch so institutionell soll man es dann auch sagen, der Mitglied unserer Kirche wird. Und ich erhoffe mir natürlich, dass wir, wenn wir die Botschaft, die wir vertreten, in unserer heutigen modernen Welt nochmal neu sagen können, dass vielleicht viele Menschen, sogenannte säkulare Menschen, die mit der Kirche gar nichts am Hut haben oder vielleicht auch entfremdet worden sind, ein bestimmtes Bild, ein verstaubtes Bild von Kirche im Kopf haben, dass wir die vielleicht neu begeistern können und dann auch als Mitglieder gewinnen können. Aber ich möchte den anderen Menschen nicht zuerst als potenzielles Mitglied sehen, sondern als Mensch. Und das ist nämlich die Mission Gottes zu bezeugen, den anderen Menschen zunächst mal als Mensch zu sehen und nicht immer nur auf Mitgliederfang zu sein, so sehr wir uns dann freuen, wenn die Menschen beitreten. Aber dieses, wenn Sie es schon ansprechen, Säkularität, dieses also nicht mit Kirche in Verbindung gebracht zu werden, weil eben Religion auch natürlich für viele Konflikte auf der Welt stehen, wenn nicht sogar für die größten Konflikte, die wir im Moment auf unserem Erdball haben. Verstehen Sie Menschen, die sagen, also mit Religion möchte ich eher nichts zu tun haben, weil wenn ich mir angucke, was da im Moment für Gefahrenpotenziale auf der Welt entstehen, dann bitte nicht mit mir. Ich verstehe zunächst mal, wenn Menschen die schlechte Erfahrung mit Religion gemacht haben oder die Weltsituation so deuten, dass Religion sie als Ursache für Gewalt sehen. Ich verstehe, dass die entfremdet sind von Religion. Das verstehe ich sehr gut. Den Menschen gegenüber sage ich aber, dann schaut genau hin. Schaut auch genau hin, was die eigentlichen Ursachen von Konflikten sind. Wenn Sie sich die Konflikte in der Welt anschauen, dann merken Sie sehr schnell, dass oft hinter religiösen Verkleidungen ganz andere Konflikte stehen, häufig soziale Konflikte stehen. Da geht es um Arm und Reich zum Teil. Wenn Sie Fundamentalismus anschauen, wenn Sie sich anschauen, dass die Hamas in Palästina eine soziale Organisation ist, die den Armen hilft und die sozusagen für die Menschen erfahrbar ist als Kraft, die ihnen zunächst mal hilft. Und die Ideologie kommt dann oben drauf. Dann sehen Sie, dass die sozialen Ursachen ganz häufig die eigentlichen Ursachen sind. Das Zweite ist aber zu sagen, dass wenn Religion missbraucht wird, wenn die Religion, wenn der Glaube an Jesus Christus, also denjenigen, der für Gewaltlosigkeit überhaupt steht, für Gewalt missbraucht wird, dann ist es einfach empörend und unerträglich. Und ich schreie das dann heraus, meinen Protest gegen diese Art mit dem christlichen Glauben umzugehen. Aber ich würde nie und nimmer akzeptieren, dass das dann das Christentum sein soll. Sondern ich würde den Menschen versuchen, deutlich zu machen, dass der Missbrauch von Religion, die gute Botschaft von Religion überhaupt nicht über den Haufen wirft, sondern man dann umso mehr hinhören muss, was sind die eigentlichen Triebkräfte und was kann uns diese Religion eigentlich sagen. Ja, das ist nachvollziehbar. Nur wenn Menschen, also Gott suchen und es dann, ich sage mal, zu Katastrophen kommt, wo die Menschen überhaupt nichts dafür können. Nehmen wir mal zum Beispiel so ein Beispiel Erdbeben. Und dann zerreißt es ein Kindergarten und viele junge Kleinkinder sterben. Und dann die Frage entsteht, wo war der Gott? Warum lässt er das zu? Wie erklären Sie sich das? Das ist in der Tat eine ganz bedrängende Frage, die muss eigentlich jeder Christ selber auch haben. Und in der Bibel gibt es viele Beispiele für eine Klage. Zum Beispiel der Prophet Jeremia, der schreit den Protest gegen Gott. Genau wegen solcher Dinge schreit er geradezu heraus und will sozusagen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Das sind alles Texte der Bibel, die das zum Ausdruck bringen. Insofern, wer das denkt, wer so fühlt, ist zunächst mal jemand, der mit den Menschen in der Bibel ganz geschwisterlich sozusagen auf einer Stufe steht. Und uns selber geht es ganz genauso. Jetzt ist aber die Frage, was können wir darauf antworten? Für mich ganz persönlich ist das Allererste, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Gott bei den Menschen, die leiden, die von solchen schlimmen Dingen betroffen sind, dass Gott diesen Menschen ganz nahe ist. Und das hat einfach zu tun mit dem Kern unserer Religion. Wir glauben an einen Gott, der sich gezeigt hat in einem Gekreuzigten. Das ist ja eigentlich eine ungeheuerliche Behauptung. Also dass sozusagen dieser Jesus, der da am Kreuz endet, als letzten Ausruf schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei, den diese Menschen haben, ist der Schrei Jesu am Kreuz. Und deswegen, jedes Erklärungsmodell, was irgendwie sagt, das hat alles seinen guten Sinn und es muss alles so sein, übersieht diesen Schrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deswegen ist die christliche Religion eine Religion, die diese Klage ganz tief und intensiv in sich aufnimmt. Herr Landesbischof, wir sind da an einem ganz spannenden Punkt. Können den jetzt nicht vertiefen. Unsere selbe Zeit ist zu Ende. Aber ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert vom GOP Varieté Theater, Europas führendem Varieté-Unternehmen.